Musik Und damit hallo und herzlich willkommen hier zu Let's Play Castle Story mit Gerade ein paar wenig FPS Aber das macht nichts, denn wir müssen ja Rapide weitermachen Wir können Auch schon wieder was spawnen Die FPS sind jetzt Viel besser geworden nach dem letzten Update Wir spawnen einen Archer Der Bobo Okay Platzieren wir sie mal an alle vier Ecken So Denn der Bobo Und hier ist der Jason Das sind die Da kommen die nicht dran Wegen dem hier natürlich Ich weiß leider aber auch nicht Ja, jetzt hängen die da fest natürlich Ähm Schauen wir mal Das lässt sich doch ganz leicht regeln Muss man vielleicht wirklich so was ziehen So Halterungen bauen Vielleicht Okay Okay Okay, erstmal einen Stein platzieren Erstmal Und jetzt können wir So So viele Überreste der Quaraptikons Ähm Einer von euch muss dann da Ne Ne Alle von euch müssen dann da Runter Hallo Ach, ihr könnt schon runter Gut Hopps Hopps Noch einer Und der Squiggle Stellen sich alle da mal auf Hier wird auch fleißig Die eine Mauer gebaut Vielleicht Platziere ich ja auch einen Bogenschützen Aber ich glaube eher nicht Ähm Weil das ja nicht so unsere Hauptverteidigungs Welle werden soll Machen wir mal Dich auch zum Arbeiter So Der Turm hier wird schon noch niemals fertig Wenn es so weitergeht Jetzt hat er einen Stein gesetzt Jetzt muss er wieder zurück Grau Zurück Grau Genau Natürlich Gecko bleibt noch stehen Du musst dich um die Tür kommen Oder kümmerst du dich jetzt gerade erst um die Ach Weg Ja Kümmerst du dich natürlich zuerst um die Platine Oh Acht Acht Blaue Kristalle Schau nur Beeil dich Beeil dich Die Schützinnen müssen Demnächst wieder auf die Mauern Und so viel Holz Ach Ja okay Die bauen aber auch fleißig Ach Kann man da rüber klettern Das ist nicht geplant Das ist nicht geplant Ich habe keine Ahnung was ich da gerade baue Irgendein schwachsinniges etwas Einfach nur um das Holz loszuwerden Ich muss für eine verschwendung Ich weiß Und ich weiß auch dass wir das Holz dann wahrscheinlich irgendwann hätten gebrauchen können Äh Noch eine Archer Die Archer sind einfach zu OP Als dass ich auf sie verzichten könnte Ähm Einer von euch wird gleich langweilig Sag mir nicht Du hast dich da eingesperrt Das soll So Einer von euch Arbeitet jetzt hier mit Und der andere Kann gerne Weitermachen Ich weiß nicht mal fallen Sind da zwei Arbeiter? Ja Dann müssten wir hier jetzt noch Zwei Ja genau Auf Ach komm Windows Das ist nicht zu viel für meinen Arbeitsspeicher Ich habe doch genug Arbeitsspeicher Ich habe doch auch nur noch 19 FPS 20 FPS Euer Ernst? Seid ihr wirklich so bescheuert? Ja legt das da doch ab Mensch Und du legst das da auch ab Ach die Tür ist fertig Mensch Das ging ja schnell Dann mal bewegen Bewegen sie sich doch bitte hierhin Sie Auch So So Wir haben jetzt Eine Minute 57 Noch Fangen wir an zu platzieren Eins Hier Da Und da ein Und da ein Der Turm ist noch nicht fertig Das heißt da keinen Und ihr Kommt schon mal sicherheitshalber Jetzt schon rein Okay Das war klar Dass das kommt Der eine will gar nicht mehr aufhören So Ich habe dich aus deinem Bann befreit Ja Und dich befreie ich gleich auch Sehr schön Und jetzt hier rein Aber hurtig Und das geht los Die erste Welle Mal schauen ob hier welche spawnen Wenn wir da was hingebaut haben Wir brauchen echt noch Orangene Kristalle Führe da zu Katapult Tatsache Was ist das mit dem Ist ja da gerade echt einfach runtergelaufen Die machen es ja direkt kaputt Das lief richtig gut Erstaunlich gut Erstaunlich gut sogar Ähm Da Abbauen Und wir müssen Was mit dem Stein machen Also auf jeden Fall Müssen wir Diesen Turm Wenn man ihn denn so nennen kann Wartig machen Und dann Was machen wir noch Was Wie können wir das hier denn ausbauen Wir könnten anfangen Hier so eine Mauer zu ziehen Ich glaube sogar das machen wir Wie sieht's aus 66% Das ist dann auch gleich fertig Dann fangen wir mal an Ich weiß nicht Ne Das lassen wir mal Hier geht Holz hacken Und hier vor allem Wir versuchen mal ein kleines Arbeiterhäuschen hier neben dem Turm Der höchstwahrscheinlich dann auch ein kleines Häuschen wird Zu bauen Wie groß ist der Eingang 1,2 Also 1,2,3 So Und jetzt Arbeiten wir Genauso So ein kleines Blockhäuschen Ich weiß Das hätten wir jetzt Mit dem Holz machen können Das wir hatten Aber Irgendwie muss man Im Rektrons ja auch Was zu tun geben Weil sonst stehen sie Nur dumm rum So Ich frage mich dann Wie ich das Dach bauen soll Weil ich meine Ein Dach werden wir ja bauen müssen Denn leider gibt's ja kein Keine Kein Holzdach Das man so drauf packen könnte Deswegen jetzt höchstwahrscheinlich Steine werden So Ach das ist ja cool Das befestigt sich so Okay Das ist ganz gut Das ist ganz gut Können wir so einen Boden platzieren? Ne natürlich nicht Das können wir natürlich nicht Und wenn ja Dann ist es zu hoch Ja Schauen Nope Nicht gut Versucht Das ist das Decision Was zu hoch Unte Ja Auch Du Ray du was haben sie denn hier kaputt gemacht nicht hier nicht so recht cool und schön auf da haben wir unser kleines arbeiter häuschen haben wir echt nur einen der baut wir brauchen zwei die bauen sonst wird das ja nie was okay steine haben wir genug steine ganz klar und so wie es aussieht müssen wir auch was mit dem stein wir mal noch ein holz verladen bis wir dieses dachproblem gelöst haben ich weiß nicht allgemein weiß ich nicht ob ich dann noch eine so drei bauen soll oder nicht wegen fenstern ja vielleicht kann man ja hier statt sowas das sieht doch bescheuert aus ja hier vorne so kleine kleine fenster zwei kleine fenster mensch das macht doch wieder spaß nein nein ich hatte es doch gerade auch kommen so so das sieht doch gut aus ja doch das sieht ganz gut aus aber bald wird es auch zeit wieder die brichtrons hier rein zu packen die glänzenden sie glänzen der rest glänzt nicht jetzt baumfeld ich glaube da hat sich der forest ein wenig abgekuckt hier dass der baum in die ganzen teile da zerspringt aber man weiß es nicht 68 prozent so 12 3 hier rein 1 hier rein ich weiß sind das alle gewesen am besten ist ja wenn sie sich im inneren kreis begeben hier da w w w da w w Nein? Okay, er will nicht. Schauen wir mal, wie sich die Archer diesmal schlagen. Das sind ja jetzt doch einige mehr. Ja, ja, ja. Könnte ich mich echt dran gewöhnen. Das macht auch gerade unglaublich viel Spaß. Aber die Zeit ist ja jetzt vorbei, leider. Und noch länger kann ich mich machen. Denn ansonsten wird die Folge viel zu lang. Und das dauert dann viel zu lang, um es hochzuladen. Und ja, aber wir speichern auf jeden Fall. Speichern. Ich hoffe, euch hat diese Folge ein bisschen besser gefallen. Hier kommen wir jetzt auch langsam richtig voran. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bye.